Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play. Ich spiele heute das Spiel GTA San Andreas. Aber nicht das gewöhnliche, sondern ihr habt es sicher schon gesehen. Mit anderen Spielern. Und ich bin auf dem Server Army vs Terrorist. Und da hinten ist schon ein Terrorist. Seht ihr? Ich glaube wir sterben jetzt. Okay, er ist nicht besonders gut im Schießen anscheinend. Nein! Oh! Wir sind gleich am Anfang gestorben. Obwohl ich gesagt habe, er ist nicht so gut. Aber egal. Er hat ein Messer. Das ist sehr gefährlich. Okay. Also ich hätte eh die Terroristen genommen, aber die Terroristen haben bessere Waffen und so. zumindest damals gehabt. Aber ich habe vor kurzem wieder das Spiel gefunden und spiele das GTA San Andreas. Voll lustig. Aber auf jeden Fall. Meine eigenen Leute haben mir meins geklaut. Terrorist, splinter the bomb. Okay, das müssen wir verhindern. To defuse the bomb. Okay. Wir müssen da runter. Und die Bombe entschärfen. Bombe ist noch. Ich hasse dich. SS Iceman. Ich hasse dich. Hoffentlich siehst du meine Let's play of you too. Ha ha. Ha. Okay. Ich habe den Ton extra ausgeschalten, weil es sonst sehr leckt. Weil so viel Brutales passiert. Aber auf jeden Fall. Nein. 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 Oder ist das wahr? Ist das wahr? Haben die... Oh. Die Terroristen haben schon wieder einen Hunter. Das ist sehr schwierig. zu besiegen. Das wisst ihr sicher aus euren Spielen her. Dass es sehr schwierig ist, einen Hunter abzuschießen. Man braucht so eine Bazooka. Wie viel Score habe ich schon? 19. Hurra. Also ich habe das selber schon ein paar Mal auf diesem Server gespielt. Und ich finde ihn sehr, sehr cool. Ha. Ich hasse dich. Ich hasse alle Armeeleute in diesem Spiel. Die sind alle so asozial. Das habe ich eh gerade gesehen. Die anderen steigen alle ganz normal wie normale Menschen in meinen Helikopter ein. Aber nein. Da muss man kommen und wirft mich aus meinem eigenen Helikopter, dem was ich gerade geholt habe, hinaus. Ha. Aussteigen. Ich weiß schon, wie man voll viel Score schäffelt. Dort hinten kommt dann normalerweise immer ein Truck her, wenn der abgeliefert wurde. Ihr habt gerade eh den gesehen, in was wir gerammt haben. Das ist der Truck und der bringt einen 5-Score, wenn man ihn ins Lager zurückbringt. Okay. Da ist ein Weißer. Den bringen wir sofort um. Warum stirbt du nicht? Und voll der Asil. Call the police for me. Okay. Hier hinten ist der Helikopter. Damit könnten wir ein paar Terroristen zerschneiden lassen. Das wird lustig. Nein. Jan ist schon gekommen und hat das arme Wiesel wiederge... Oh. Ah, nein, 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 nein. So schnell geht das gar nicht. Ich muss wieder dorthin. Schneller. Schneller. Ja. Es steht hier. Wir werden das jetzt spiegeln, bis ich einen Score von 30 habe. Dann wird die Aufnahme wahrscheinlich eh schon 30 Minuten lang sein, weil so gut bin ich nicht. Ihr seht das eh. Die schießen mir gerade einen Platten oder versuchen es in die Luft zu sprengen. Aber ich bin besser als sie. Oh. Schaut euch das mal an. Weil die Psychopathen alle... Nein. Oh. Ja, es geht noch. Wenn ich Pech habe, wird jetzt... Werde ich jetzt angegriffen und mein Wagen explodiert. Ist das ein Terrorist? Ja. Ich habe es gewusst. Nein. Oh. Okay. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Have he seen me? Ja. Okay, ich sollte schnell weiterfahren. Wetten wir, ich explodiere. Schneller, schneller. Oh. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Nein. Nein. Ich bin gestorben. Ich habe nicht aussteigen können, weil er zurückgerollt ist. Bei einem zurückgerollenden Auto ist es total normal, dass man nicht aussteigen kann. Das ist toll. Call the police for me. Dada da 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 da. Wer kennt das Lied? Ich schon. Ich bringe mal einen meiner eigenen Leute um. Ah! Achso, das geht ja gar nicht. Terrorist has taken over the victory. Jetzt muss ich sie zerschneiden. Wir zerschneiden sie, wir zerschneiden sie, wir zerschneiden sie. Wo? Use radio to listen to radio. Jetzt passiert irgendwas. Irgendwas fladert mir wieder mein allseits geliebtes Fahrzeug. Nein! Oh! Oha! Ok, da ist die Flugabwehrkanone. Ist das? Äh nein, das ist nur ein Motorrad. Call the police for me. Ich glaube, wir sollten wieder das Fahrzeug klauen. Can I join your duel? What the fuck? Warum dürfen die alle den Admin um ein Duell fragen? Ha! Das Opfer checkt nicht, dass das Score bringt. Mehr als wenn man eine Person ein bisschen demoliert. Also nicht töten, sondern... Na gut, man muss sie töten, damit man einen Score kriegt, aber... Ricky Black. What the fuck? Oha, die wollen mich alle töten. Nur weil ich ein Fahrzeug zurückgeklaut habe. Zählt das vielleicht schon als Verbrechen. In diesem grausamen Land. Ok, sie werden mich töten. Garantiert. Ok, sie verfolgen mich. Nein! Ha! Schau dir das Opfer an, es ist gestürzt. Ok. Bringen wir es zu Ende. So. Wenn mir jetzt kommt, irgendeiner von meinen Leuten nimmt ein Bazooka und schießt mir das genau da jetzt kaputt, das wäre Kacke. Chipsland. Chipsland. Mein Name ist Chipsland. Du, 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 du. Schau dir das Opfer an! Das sind, das sind doch keine normalen... Das sind doch keine normalen Leute, die was sowas machen. Seine eigenen Leute, die gegen die Terroristen kämpfen, so niederzumetzeln. Oh. Oh. Nitro. Pfff. Nein, ich habe doch kein Nitro. Oh. What the fuck? So. Gleich bin ich wieder dort, wo ich sein wollte. Oh. Schneller, schneller, pfff. Wir packen das. 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 Oh. Gleich haben wir es. Wuhu. Wir sind, glaube ich... Ja. Wir sind die Ersten. Oh. Ja. Und kein Opfer bedrängt mich, dass es meinen Wagen klauen will. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Wett mich, ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Das wäre dann blöd. Obwohl, hier oben zeigt es hier Rodan also. Oh. Das wird böse enden. Da. Ja. Colder Wolle ist vor mir. Nein, ich glaube, die werden mich jetzt töten. Oder meinen Wagen töten. Das wäre blöd. Aber sie sind zu dumm, dass sie da stecken. Okay. Ob. 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 nicht gescheckt ist. Take down to army. Mehr score. Mehr score. Oh nein. Oh nein. Ah. Das sind keine Terroristen. Yay. Okay. Gleich haben wir mehr score. Mehr. Mehr score. Mehr. Mehr. Wie score haben wir? 29. Bringen wir einen Terroristen um die Ecke. Dann haben wir 30 score und dann ist die Aufnahme beendet. Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade die ganze Zeit, oh, wann ist die Aufnahme zu Ende? Ich hasse diese Person so sehr. So. Fuck. Ich muss in die Terroristen Base kommen. Damit ich. Candy Ping. Wer hat 800 Ping? Ach du. Kacke. Und ich habe nur 104 Ping. Die anderen haben 300 und ich habe nur 104. Toll. Kind executor spielen. Oder wollen wir mehr score? Ah. Dann habt ihr nicht gesehen. Warte es kurz. Na.